Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net-Spezial. Ja, die Wetterlage, die bringt momentan noch relativ viel Sonnenschein und auch angenehme Temperaturen. Aber spätestens ab Mittwoch sieht es in weiten Landesteilen so aus. Dann drohen nämlich Gewitter mit Starkregen. Es gibt wirklich wildes Aprilwetter. Schauen wir uns erstmal die Wetterlagenkarte für heute Montagabend an. Und dann sehen wir auf dem Atlantik liegt weit weg von uns ein Hochdruckgebiet. Und zugleich haben wir ein Hoch über Osteuropa. Das trägt den Namen Jana und das brachte uns heute ja das schöne Wetter. Aber dazwischen, da ist hier bei Island schon ein Tief zu finden. Und dieses Tief, das rutscht dann zum Mittwoch Richtung Deutschland. Am Mittwoch, da haben wir nämlich weiterhin das Hoch hier über dem Atlantik liegen. Aber das Hoch über Osteuropa, das rutscht weiter von uns weg. Und dann ist der Weg frei, damit dieses Tief hier genau Richtung Deutschland kommen kann. Und das bedeutet, bei uns wird es dann ziemlich wechselhaft und turbulent werden. Hier mal ein Blick auf die Temperaturen am Mittwoch, auf die Tageshöchstwerte. Ja und wir sehen Richtung Berlin und Brandenburg, da liegen die Spitzenwerte teilweise bei 17, 18 Grad. Zugleich hier im Südwesten gerade mal Temperaturen um oder knapp über 5 Grad. Und auch sonst im Westen meist nur knapp zweistellige Temperaturen. Ja und die Wetterlage dazu, die ist auch sehr spannend. Wir haben hier einen Streifen mit Regenfällen Richtung Ostdeutschland. Kann es sogar teilweise kräftige Schauer und Gewitter geben. Und auch hier im Westen, da ziehen immer wieder Graupelgewitter auf. In den höheren Lagen vom Schwarzwald, da sehen wir diese blauen Symbole. Da kann es auch mal Schnee, Regen oder Schneefall geben. Es stehen uns also sehr turbulente Tage an und diese Wetterzweiteilung mit den hohen Temperaturen im Osten und den kühleren Werten hier im Westen, die dauert mindestens bis Freitag an. Ja und das Wetter für euren Ort, das gibt es natürlich wie immer hier bei uns unter www.wetter.net. Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald.